was geht ab jungs was geht ab mädchen schön dass ihr wieder am start seid ich wollte mich erstmal bedanken bevor wir mit dem thema anfangen internet wollte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken für die ganzen unterstützer bei creator unterstützer und die ganzen unterstützer auf instagram danke einfach für euren support ich liebe euch natürlich macht auf jeden fall weiter so würde mich mega freuen ansonsten habe ich das thema internet mitgebracht wie ihr wisst ja mein internet nicht gerade das beste ich habe natürlich das beste gebucht wusste natürlich damals nicht was kabel und jetzt weiß ich habe mich natürlich informiert wie ich vom kabel vertrag wegkomme und hat auch geschafft bzw der mitarbeiter wurde von shop hat mir geholfen wir haben jetzt einen dsl vertrag gemacht ich hoffe das klappt ich zahle natürlich da jetzt weniger dafür soll die qualität besser sein ich bin gespannt ob alles so klappt wie es mir vorstelle ich hätte denn am 11 ersten habe ich den termin 2009 10 zwischen 8 und 13 uhr kommt ein telekom mitarbeiter ich bin ich bei Vodafone noch anbieter aber telekom mitarbeiter schaltet die telefon box frei und ich bin gespannt ob ich das internet denn einfach konstant nutzen könnte es wäre auf jeden fall geil ich habe dann 100er dsl bin gespannt ob einfach alles klappt es würde mich einfach mega freuen und wenn das so klappen sollte kommen wieder auf jeden fall konstante videos und streams würde mich einfach nur freuen wenn es klappt und wie gesagt am 11.1.2019 sollte das neue internet kommt da wo mein muttergeburtstag hat also muss ich mal gucken ob ich da am abend streame ansonsten würde ich am samstag stream ich bin gespannt ob das mit dem internet klappt wir lassen uns mal überraschen aber ich wollte euch die information mitteilen dass ab da hoffentlich das internet hier konstant funktioniert wir hoffen wie gesagt ihr könnt gerne einen daumen dafür da lassen vielleicht klappt es dann besser vielleicht haben wir die chance so ein like 10 prozent mehr chance oder so ist jetzt natürlich ein kleiner spaß natürlich wird es nicht so sein aber es wäre einfach schön wenn es klappen könnte ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag eine schöne restliche woche und dann würde ich sagen falls wir dieses jahr kein video mehr hochladen und erst im nächsten jahr also am zweiten januar wünsche ich euch einen guten rutsch ins neue jahr liebe euch na homo dank für den ganzen support ihr seid die best buddy army hashtag buddy army in die kommentare wir hören uns kuss geht los